In Kiew kommt es am Morgen abermals zu Explosionen. Präsident Zelenskys Stabschef spricht von einem Drohnenangriff. Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am Montagmorgen abermals von Explosionen erschüttert worden. Der Stabschef von Präsident Volodymyr Zelensky, Andriy Jarmak, sprach auf dem Kurznachrichtendienst Delkrim von Angriffen mit sogenannten Kamikaze-Drohnen. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war auch über einem Gebäude nahe dem Hauptbahnhof zu sehen. Die Rede war von mindestens vier Explosionen in der Innenstadt.Kiews Bürgermeister Vitaly Klitschko teilte mit, es gebe Luftalarm, die Menschen sollten Schutz suchen. Ein Brand sei in einem Gebäude ausgebrochen, die Feuerwehr sei im Einsatz. Zudem seien mehrere Wohnhäuser beschädigt worden. Krankenwagen seien an Ort und Stelle. Es war zunächst unklar, ob es Opfer gab. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat vor dem Hintergrund zunehmender Drohungen Moskaus, das Getreideabkommen zu beenden, dessen Bedeutung für die Hungerbekämpfung betont. Er kündigte an, die Exporte weiter auszubauen. In der Ukraine beginnt am Montag der 236. Tag des Kriegs. Die frühere Sowjetrepublik Belarus baut derweil mit seinem Nachbarn, dem kriegführenden Russland, eine gemeinsame Militäreinheit auf, die ersten russischen Soldaten sind dafür eingetroffen. Gleichzeitig werden alle Sicherheitsorgane, darunter auch der Zivilschutz, bewaffnet und die Schutzbunker im Land für den Ernstfall gerüstet. Explosionen in Kiew.Auf Bildern eines ZDF-Kameramanns in Kiew ist eine Drohne zu sehen, die zunächst über einem Häuserblock kreist, bevor sie zu Boden geht und explodiert. Auf anderen Videos in sozialen Netzwerken ist das Sorren von Drohnen am Himmel und heftiges Flugabwehrfeuer zu hören. Aufnahmen zeigen Sicherheitskräfte auf der Straße, die mit Handfeuerwaffen in die Luft schießen, offenbar um die Flugkörper zu treffen. Unbestätigten Berichten zufolge wurde mindestens eine Drohne abgefangen. Bürgermeister Klitschko verbreitete am Morgen Bilder der Wrackteile einer iranischen Schad. Eines der getroffenen Ziele war offenbar ein Verwaltungsgebäude, dessen obere Stockwerke teilweise zerstört wurden und ein Brand gerieten. Der Großteil des Hauses blieb dem äußeren Anschein nach aber unversehrt. Über Tote oder Verletzte gab es zunächst keine Informationen. Berichte über Explosionen gab es zudem aus den Gebieten zu Mi, Tnipo, Petrovsk und Odessa. Kreml-nahe russische Militärblogger berichteten von einem Bischuss insbesondere der Energieinfrastruktur des Landes. Solche Attacken hatte Kreml-Chef Vladimir Putin angekündigt. Ostnipo, Petrovsk, berichtete der Gouverneur Walatyn Resnitschenko von einem großen Feuer in einer Energieanlage. Dort sei eine Rakete eingeschlagen, teilt Resnitschenko per Kurznachrichtendienst Delkrim mit. Drei feindliche Raketen wurden von unseren Luftverteidigungskräften zerstört, schrieb der Gouverneur. Eine Rakete hat eine Energieinfrastrukturanlage getroffen. Es gibt ein großes Feuer. Alle Dienste auf dem Gelände arbeiten. Vor einer Woche hatte Russland mit Raketen ebenfalls zum Wochenbeginn im Berufsverkehr am Morgen das Zentrum von Kiew beschossen. Zuvor war es zu einer Explosion auf der Brücke zu der von Moskau annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim gekommen. Kreml-Chef Vladimir Putin hatte dem ukrainischen Geheimdienst einen Terroranschlag gegen die Brücke vorgeworfen und dann die Raketen als Vergeltung abschießen lassen. Dabei starben in Kiew und anderen Städten in der Ukraine mehr als ein Dutzend Menschen, mehr als 100 wurden verletzt. Putin hatte am vergangenen Freitag gesagt, es seien bei den Angriffen nicht alle Ziele getroffen worden. Zugleich betonte er, dass er neue massive Schläge wie vor einer Woche nicht für nötig halte. Putin lässt Kiew und viele andere Städte seit Beginn seines Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar immer wieder mit Raketen beschießen. Zelensky will mehr Getreide exportieren und Strom sparen. Zelensky sagte am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache, obwohl der Krieg der Exporte weiter behindere, habe die Ukraine seit dem Inkrafttreten des Getreideabkommens fast 8 Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Seeweg ausgeführt. Das sind mehr als 300 Schiffe. 60 Prozent der Menge sind nach Afrika und Asien gegangen. Erst vor wenigen Tagen hatte Russland damit gedroht, den Getreidedeal zu stoppen und die ukrainischen Häfen wieder zu blockieren. Moskaus ist der Ansicht, dass Versprechungen gegenüber Russland nicht eingehalten worden seien und zudem angeblich der Sprengstoff für den Anschlag auf die Krimbrücke über den Seeweg aus der Ukraine geschmuggelt worden sei. Nach dem Anschlag hatte Russland in der vergangenen Woche die Raketenangriffe auf die Ukraine, und speziell die Energieinfrastruktur, massiv verschärft. Deswegen war Zelensky seine Landsleute nun darum, Strom zu sparen. Aufgrund des russischen Raketenterrors ist es in einigen Städten und Regionen der Ukraine notwendig, die Stromversorgung zu begrenzen, damit das gesamte System stabil funktioniert, sagte er. Gerade in den Stoßzeiten am Abend sei es notwendig, Strom zu sparen, da es sonst zu Überlastungen komme und die Elektrizitätswerke zu ABS-Schaltungen gezwungen seien. Belarus bewaffnet seinen Zivilschutzpunkt. In Belarus steigen vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die eigenen militärischen Aktivitäten. Jetzt haben wir alle Waffen vom Verteidigungsministerium erhalten, die wir bekommen sollten, und haben sie in den Waffenkammern gelagert, teilte der Chef des belarussischen Zivilschutzes, Vadim Sinjavski, am Sonntag im Staats von Seen mit. Es seien zugleich Einheiten gebildet worden, die zusammen mit dem Militär zur Verteidigung des Vaterlands herangezogen werden könnten. Der ranghohe Beamte sprach zugleich von rund 5000 unterirdischen Anlagen, die in Belarus als Bombenschützkeller verwendet werden könnten. Der belarussische Grenzschutz teilte derweil mit, seine Einheiten an der Grenze wegen der verstärkten Aufklärungstätigkeit der Ukraine verstärkt zu haben. Erste russische Soldaten für gemeinsame Truppe in Belarus.Russland hat erste Soldaten für eine gemeinsame Truppe mit Belarus in das Nachbarland geschickt. Die ersten Truppenzüge mit russischen Soldaten, kamen in Belarus an, zitierte die russische Agentur TASS am Sonntag einen Sprecher des Verteidigungsministeriums in Minsk. Die Verlegung wird mehrere Tage dauern. Die Gesamtzahl wird etwas weniger als 9000 Menschen betragen, hieß es. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte am vergangenen Montag die Aufstellung einer gemeinsamen regionalen Truppe mit Russland bekannt gegeben. Sie solle angesichts der steigenden Spannungen die belarussische Grenze schützen. Lukaschenko dementiert, dass sein Land selbst am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine teilnehmen werde. Ukraine setzt hohes Kopfgeld auf früheren Separatistenführer Gierkin aus Punkt teilnehmen will der ehemalige Anführer der Separatisten im Donbass, Igor Gierkin, bekannt unter seinem Decknamen Strykio. Russischen Militärbloggern zufolge meldete sich Gierkin bei einem freiwilligen Bataillon zum Einsatz in der Ukraine. Der ukrainische Militärgeheimdienst-Huhr setzte 100.000 Dollar, rund 103.000 Euro, Kopfgeld für die Ergreifung des einstigen russischen Geheimdienstoffiziers aus. Gierkin wird unter anderem für den Abschuss eines Passagierflugzeugs über dem Donbass verantwortlich gemacht. Noch kein Zugang zu Kriegsgefangenen, Rotes Kreuz weist Kritik zurück Punkt das Rote Kreuz wehrt sich gegen Kritik aus Kiew, dass es zahlreiche Kriegsgefangene noch nicht besucht habe. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, habe moralische Verpflichtungen, hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy vergangene Woche gesagt und umgehende Besuche verlangt. Es hilft weder den Kriegsgefangenen noch ihren Familien, wenn dem IKRK die Schuld dafür gegeben wird, dass ihm der uneingeschränkte und sofortige Zugang verweigert wird, teilte das IKRK am Sonntagabend mit. Elf Mitarbeiter, darunter ein Arzt, stünden in der von Russland besetzten Region Donetsk für solche Besuche bereit, hätten aber bislang keine Erlaubnis erhalten. Diese müsse von den beteiligten Staaten kommen. Sie seien nach den Genfer Konventionen verpflichtet, dem IKRK Zugang zu gewähren. Das IKRK verlange seit fast acht Monaten vergeblich, sämtliche Orte, an denen Kriegsgefangene interniert seien, darunter das Gefangenenlager Ohlen IWKA, ungehindert und regelmäßig besuchen zu können. Das wird am Montag wichtig Punkt die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag, 9.30 Uhr, in Luxemburg unter anderem über die weitere Unterstützung der Ukraine. Bei dem Treffen sollen ein Ausbildungseinsatz für die ukrainischen Streitkräfte sowie weitere 500 Millionen Euro für den Kauf von Waffen und Ausrüstung beschlossen werden. Vor dem Hintergrund der Spannungen mit Russland beginnt die NATO ihre jährlichen Manöver zur Verteidigung des Europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen. An der Übungstätfast nun werden nach NATO-Angaben neben Deutschland 13 weitere Staaten beteiligt sein. Schauplatz ist insbesondere der Luftraum über Belgien, Großbritannien und der Nordsee.